Willkommen zum nächsten Video. In diesem Video geht es um Flächen, die wir vielleicht gar nicht sehen möchten oder gar nicht auswerten wollen. Wir werden uns das Beispiel bei dem Geschoss anschauen. Dort kommt es in der Regel am häufigsten vor. Und zwar, wenn Sie das Geschoss ziehen, um den Bruteraum und die BGF auszurechnen oder um die Fassadenfläche zu definieren. Gibt es meistens bei überkragenden Bereichen oder Geschossen die Seitenflächen, die reinragen. Und um diese zu entfernen oder nicht auszuwerten, gibt es folgende Möglichkeit. Und zwar, es geht um diese Flächen hier. Und zwar sehen das hier, der Bruterauminhalt geht ja bis Oberkante Fertigfußboden. Der wird hiermit definiert. Und gleichzeitig ist in dem Befehl ja auch die Putzfläche, die berechnet werden kann oder berechnet wird. Es gibt aber dann auskragende Elemente, so wie hier an der Stelle oder hier drüben. Wenn ich eine Auskragung habe, dann ragt quasi diese Fläche dort rein. Und das wollen wir eigentlich nicht, weil das Geschoss liegt natürlich auch hier außenbündig später. Also wollen wir einfach diesen Bereich hier, der hier so einmal rumläuft, den wollen wir ja entfernen und nicht auswerten später. Er soll nicht in unsere Auswertung fließen. Und das machen wir einfach mit einer Seitenfläche, der wir eine Transparenz geben und das Material eine Auswertung. Dazu brauchen wir den Ausbau. Wir gehen auf die Ausbauflächen, Seitenfläche und dort in die Eigenschaften. Das kennen Sie ja soweit. Schauen noch mal kurz in den Katalog rein. Nehmen die Bezeichnung und den Status wieder raus. Katalog 2, das passt. Und schreiben jetzt hier beim Material zum Beispiel rein keine Auswertung. Wenn wir nachher die Reports fahren, dann sehen wir einfach, dass wir diese Fläche nicht benötigen. Und was wir dazu brauchen, ist einfach eine transparente Oberfläche. Wie machen wir das? Ich habe hier jetzt schon eine drin. Sie klicken hier bitte einmal kurz rein, egal was da bei Ihnen jetzt steht. Klick. Und wir sagen, wir hätten gerne eine neue Oberfläche. Ja. Wichtig ist, dass wir diese Oberfläche eine weiße Farbe, also einfach beziehungsweise weiß zuordnen. Weiß ist ja erstmal keine Farbe. So weiß zuordnen und ganz wichtig die Transparenz auf 100 Prozent. Diffuse Reflexion bleibt bei 100. Also eigentlich weiß 100, 100. Und somit haben wir eigentlich diese transparente Textur. Ja. Die nennen wir jetzt zum Beispiel keine Auswertung. Ja. Also als Oberfläche speichern wir das Ganze ab. Sagen speichern. Und wählen anschließend hier die Textur aus. Keine Auswertung. Ja. Transparenz. Jetzt geht es um die Höhe. Sie sehen, an der Stelle, das sind diese 22 Zentimeter, die wir an Fußbodenaufbau dort haben. Und die wollen wir jetzt nicht mehr sehen. Also müssen wir in den Höhenbezug. Und dort stellen wir das Ganze so ein bisschen mal um. Und zwar die Unterkante, Oberkante 256 bis 278. Die Unterkante ist hier natürlich die, ja, die Unterkante von der Decke. Ja. Die können wir an der Stelle ruhig drin lassen. Das ist erstmal jetzt nicht so wild. Wichtig ist aber hier, dass wir bei der Oberkante sagen, Höhenbezug, 22, weil dieser Streifen ist 22 Zentimeter hoch. Und ändern hier den Bezug auf die Unterkante. Also auf die 256. Und dann schauen wir mal, was passiert erstmal. Also ich lasse mal bei 256 drinne. Das müssen wir nämlich gleich nochmal anpassen. Und jetzt nehme ich einfach hier diesen ersten Punkt. Großzügig hier außen, die Außenfläche. Hier starte ich. Dann geht es hier rum. Hier läuft ja das Geschoss einmal entlang. Jetzt fahre ich einmal diese Strecke ab. Ja. So wie wir eben auch das Geschoss gezeichnet hatten. Bis hier vorne hin und bis an diese Deckenkante dort. Bis dahin. Und Escape zum Beenden. Jetzt liegt diese Seitenfläche im unteren Teil. Wenn ich jetzt mal markiere, liegt sie. Sie sehen hier zwischen dieser Decke. Das ist erstmal in Ordnung. Wäre jetzt aber gar nicht so schlimm an der Stelle erstmal. Wir wollen nämlich, dass dieser obere Teil hier weggelöscht wird. Also gehen wir nochmal mit Doppelklick links auf die Seitenfläche. Schieben das Ganze nach oben. Indem wir einfach sagen, Höhenbezug. Nicht Bezug zur unteren Ebene, wie gerade eingestellt. Sondern wir sagen, nimm einfach die Oberkante. Also nimm schon die 278. Orientiere dich an dieser Höhe. Und dann bist du 22 höher. Wir sagen, okay. Okay. Dann wird das Ganze nach oben verschoben. Und Sie sehen, was passiert. Die Fläche wird entfernt. Genau das, was wir wollten. Und wenn wir diese Fläche, die ist jetzt nicht gelöscht oder weg, sondern wir sehen sie erstmal nicht. Und wenn wir später jetzt eine Auswertung fahren, dann sehen wir das Material, das angezeigt wird. Also die keine Auswertung und wissen, dass wir diese Fläche nicht berücksichtigen müssen. Also können die quasi dann abziehen später. Das ist das, was wir jetzt hier an der Stelle wollten. Kurzes, knackiges Video zur Seitenfläche. Mit diesem Befehl können Sie auch andere Flächen, die Sie gar nicht sehen wollen, entfernen. Und dabei ist wichtig, die Seitenfläche stanzt quasi den Bereich des Geschosses aus. Also ist quasi übergeordnet. Mit der Seitenfläche können Sie so Flächen, die irrelevant sind, einfach ignorieren. Wichtig ist, dass Sie schreiben keine Auswertung. Und somit werden dann die Flächen nicht berücksichtigt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.